Ja, ich bin auch da. Ja, das werden wir sehen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit ein bisschen Impro an, wenn du bereit bist. Da oben, die Bonzen da oben, die haben das Virus im Labor erschaffen. Und ich soll jetzt hier eine Maskenpflicht bekommen hier. Ich lass mir doch wegen Corona mein Frühling nicht nehmen. Du hast den Job. Das hier ist die beste Nachricht des ganzen Tages. Am Freitag. Endlich. Neuer Track. Um 9.04 Album. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich krieg gleich einen Schlaganfall, wenn ich das sehe. Oh Gott. Aber das muss sein. Das muss sein. Schau dir das mal an. Hier 30 Dollar für den Versand. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Oh. Oh. um im spirit der letzten tage zu bleiben kam auch heute wieder ein paket und ich weiß ganz genau was da drin ist so hintertürchen nummer eins verbirgt sich hintertürchen nummer zwei das ist was gutes und dann fehlt natürlich nur noch so ich bin jetzt eben aufgestanden habe gerade noch auf instagram gesehen dass jetzt der neue der neue track hochgeladen wurde und ich kann es kaum erwarten den jetzt anzuhören so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020